Hallo liebe Freunde! Heute kommt unser zweites Video. Diesmal mit einem kleinen Gruß aus Indonesien von meinem Freund Leo, der Meister der Komodo-Warane und der Bewohner der Blumeninsel Flores. Ich freue mich, dass es auch bei Ihnen gut geht und hier kommt sein Video. Danke! Hallo, mein Name ist Leo aus Flores, Indonesia. Komodo und Flores und die anderen Inseln Sumba, Timor und Alor sind soweit alles safe zu bereisen und wir haben jetzt ganz geringe Infektionszahlen und sehr gute Sicherheitskonzepte. Lieber Kunde von Jalan Jalan Travel, bitte kommen Sie zu uns und es ist sehr safe, ja sehr sicher zu reisen. Wir erwarten auf Ihren Besuch. Danke und viele Grüße aus Flores, Indonesia.